In unserem letzten Video ging es ja um Einweg-E-Zigaretten und was damit die Probleme sind. Wenn ihr das Video noch mal ganz sehen wollt, dann findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Das letzte Mal haben wir mit Farida aus Bangladesch über Tabakanbau gesprochen, mit Pia aus Argentinien über Lithium und wir haben uns ein Video angeschaut von Ariana aus Peru über Kupferabbau. Heute will ich wissen, was können wir tun? Wie können wir Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden vermeiden? Und was fordern die Menschen in Bangladesch und in den Bergbaugebieten in Lateinamerika? Meine Freundin Farida hat ja gefordert, we want tobacco to be stopped immediately. Deshalb habe ich sie gefragt, was denn passiert, wenn auf den Feldern kein Tabak mehr wächst. Und sie hat mir erzählt, dass die Bauern und Bäuerinnen, die sie berät, jetzt Essen statt Tabak anbauen. Schauen wir doch mal, was die Tabakfarmerin selber dazu sagen. Ich bin zum Teil zum Teil Wir haben uns auch beobachten, die wir uns überlegen. Wir kommen wieder an uns mit den Hubschrafen, die wir uns überlegen. Wir haben die Hubschrafen, die Hubschrafen und die Hubschrafen und die Hubschrafen. Wir haben hier auch die Hubschrafen, die wir uns überlegen. Es gibt also gesunde, nachhaltige und leckere Alternativen zum Tabak-Anbau. Aber was ist mit dem Lithium? Was wollen die Leute machen, statt Lithium abzubauen? Dazu spreche ich jetzt mit meinem Freund Juan aus Chile. Hallo Juan, wie bist du? Bien, ein bisschen entspannt, aber ich bin froh. Du warst mit Menschen, die sich an der Ersteckung von Lithium abzubauen. Wo genau bist du? Ich bin bei der Grenze von Argentinien und Bolivien, in einem Ort, der San Pedro de Atacama. Ich bin froh. Und wir sind auch über die Ersteckung von Lithium abzubauen. Und wir sind auch über die Ersteckung von Lithium abzubauen. Das ist ein desiertes, das ist ein desiertes, aber es ein desiertes, aber es ist ein desiertes, das ist eine Biodiversität. Das ist auch ein Teil davon, was wir wollen. Wie viele Leute hast du da? Was haben Sie da? Du bist du da. Du bist du da. Du bist du jetzt? Ja, wir waren im Landkreuz. Welto ist die Themen zu bieten? Ja, wir sind es den Behörden. Wir sind in den Dingen für diejenigen, die Leute zu unterstützen? durch die Jahre, die Indigener und Non-Indigener. Welche sind die Exigencias der Leute? Das erste hat sich mit der Participation und der Consultation, dass es ein Prozess transparentes und informes. Dass man Geld in die Regenerationen, mit der Biodiversität, und auch eine Redistribución der Riener. Die Strategie der Gemeinschaft hat auch mit zu protegen die Salar- und Umständen. Die Strategie ist nicht nur mit der Biodiversität, sondern zu protegen diesen Umständen, damit sie nicht zu explodieren. Vielen Dank, Juan. Ich habe viel gelernt. Du bist sehr gut. Tschau, vielen Dank für die Einladung. So, und jetzt schauen wir uns noch das Video an, das Juan in der Wüste gedreht hat. Wir können nicht, in einer Stadt, wie in der Industrie, dass sich die Miner werden, vielleicht auch in den Städten, wo es nicht installiert. Aber in den Städten, wir planen die Decrechung und die Generationen von Alternativen mit der Industrie, in den Städten, wir kommen an, in den Städten, wie in der Städten der Ziele, der Städten, bei einem Städten von Kieler wie in den Städten wie in den Städten die Städten die Städten nach der Städten zu einem die USA zu verändern, in der Stechung von Bären zu gewinnen, also zu gewinnen, das kann, zu einem Wir haben einen Niveau von energetischer, alimentarischer und hydriger, die uns dignlos leben können. Wir glauben nicht, dass wir den Kapitalismus verdeckt haben, weil der Kapitalismus verdeckt wurde in der Politik publische, die hier verfolgt hat. Lithiumabbau in Chile schadet den Menschen und der Umwelt. Und die Leute dort fordern Teilhabe und Schutz. Aber in diesen Dingern hier ist ja nicht nur Lithium, sondern auch Kupfer. Und das kommt unter anderem aus Peru. Was fordern die Leute dort? Das erklärt uns Arianna. Ariannas Forderung ist auch unsere Forderung. Deutsche und europäische Unternehmen müssen Verantwortung für ihre Lieferketten übernehmen. Beim Tabakanbau und beim Abbau von Rohstoffen. Hallo Mehmet. Hi Dina. Was hast du mir denn hier mitgebracht? Das erkläre ich dir gleich. Schau dir mal erstmal an, was Loredana macht. Also das finde ich auf sehr vielen Ebenen problematisch. Macht die Werbung für die Dinge? Ja, na klar. Aber auch andere Musiker machen Werbung dafür. Unter anderem auch massiv. Ist das nicht verboten? Ja, natürlich ist es verboten, Werbung für Rapes auf Social Media zu machen. Und was kann man da machen? Die zuständigen Behörden sollten die Verbote besser durchsetzen. Ja, dafür bin ich auch. Und was mache ich jetzt hiermit? Das kannst du gerne essen. Wenn ihr so eine Art von Werbung auf Social Media sehen solltet, dann schreibt gerne in die Kommentare, warum Rapes doof sind. Bis zum nächsten Mal.